hallo und herzlich willkommen bei menschmesch in meinem heutigen quicktipp nummer 13 möchte ich euch erklären was es mit der funktion elemente als svg kopieren auf sich hat wo findet ihr diese option überhaupt wenn ihr das verschieben werkzeug ausgewählt habt hier oben und kein element selektiert habt habt ihr oben diese beiden schaltflächen und ich gehe jetzt mal hier auf die einstellung und hier findet ihr dieses objekt elemente als svg kopieren oder copy items ssg und wenn ihr das aktiviert das ist standardmäßig nicht aktiviert dann könnt ihr elemente aus anderen zeichenprogramm als svg dateien direkt in affinity designer kopieren oder umgekehrt aus affinity designer direkt als svg code in eure anwendung einfügen ich schließe das mal und demonstriere das mal in einem beispiel ich habe einfach mal so ein a als fahrt gezeichnet diesem fahrt habe ich jetzt hier einen namen gegeben any pass steht bei mir für animations fahrt oder der fahrt der animiert werden soll in diesem beispiel ich will den einfach aus betätige command c für kopieren und jetzt wechsel ich mal in mein editor ich benutze jetzt hier espresso und habe hier eine kleine html seite vorbereitet und hier möchte ich jetzt an dieser stelle in meinen html code einfach mal den quelltext einfügen und ihr könnt schon sehen hier habt ihr jetzt diesen quelltext von svg den kann ich noch ein bisschen anpassen ich nehme zum beispiel hier diese gruppen die erstellte findet die seiner immer die nämlich raus ihr habt vielleicht gerade gesehen dass dort auch schon die stile hier nämlich auch raus aber ich kann das trotzdem so sehr schnell bearbeiten diese gruppe oder die schließenden text der gruppe lösche ich auch noch raus und jetzt habe ich hier natürlich vorhin den identifier gelöscht oder den bezeichner dem muss ich wieder einfügen heißt any pass und jetzt könnt ihr hier schon sehen dass hier auf der seite in der vorschau etwas passiert dass das jetzt noch nicht vollständig angezeigt wird das liegt daran dass hier meine view box nicht richtig eingestellt ist die könnte ich jetzt vergrößern ich mache die mal hier einfach etwas größer dann seht ihr schon das passt und jetzt muss ich sie in der x-achse auch noch etwas vergrößern ich nehme 140 dann müsste die da rein passen und den rest habe ich jetzt zum beispiel schon in meinem skript mit quelltext verändert so dass ich hier zum beispiel einfach über javascript die linienbreite ändern kann oder die farbe ändern kann ich könnte jetzt auch hergehen und sagen ich möchte das hier in rot haben und so könnt ihr das dann auf jeder internetseite verwenden das ist der eine weg und ich zeige euch jetzt noch mal einen anderen weg ihr von einer internetseite svg kopieren könnt über die zwischenablage und dann direkt in affinity designer einfügen könnt dafür habe ich noch mal ein anderes beispiel vorbereitet das öffne ich mal so ich habe ich das nächste beispiel ich gehe jetzt mal hier in die vorschau und dann seht ihr ich habe hier mal so ein beispiel entworfen weil findet die designer ja leider keine vernünftigen sinus kurven zeichnen kann aber mit diesem kleinen skript kann ich das machen ich erhöhe jetzt einfach mal ein bisschen die frequenz die amplitude kann ich hier noch vergrößern oder verkleinern und die genauigkeit der kurve damit wenn ich das ganz klein stelle seht ihr hier dass die kurve in wirklichkeit aus vielen kleinen punkten besteht das erhöhe ich jetzt mal ein kleines bisschen das reicht mir schon ist mir glatt genug okay jetzt jetzt die möglichkeit einmal das gesamte bild herunterzuladen als svg datei dann einmal nur die sinus kurve und hier mache ich jetzt mal nur die sinus kurve in die zwischenablage kopieren einmal draufklicken dann ist sie schon drin und jetzt wechsel ich wieder zu findet die designer und in findet die designer kann ich jetzt könnte ich dir hier einfügen oder aber ich gehe über das tastenkürzel option shift command und n und damit füge ich ein neues objekt an und wir hier ich ändere mal die farbe ich habe ja in meinem dokumenten helle kurve gehabt und ändere jetzt mal hier die kurvenfarbe auf ein etwas dunkleres grau und hier könnt ihr sehr schön sehen dass wir jetzt quasi die kurve über die zwischenablage in affinity designer kopieren könnt das war schon mein heutiger quicktipp ich hoffe er hat euch gefallen es ist interessant mit diesen optionen zu arbeiten wenn ihr zwischen unterschiedlichen programmen mit der mit dem format svg hin und her kopieren möchte ich benutze das zum beispiel für internetseiten in denen ich mit svg dateien arbeite die ja den vorteil haben dass sie unabhängig davon wie groß oder wie klein sie skaliert werden nichts an ihrer qualität verlieren ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat gebt ihm einen daumen nach oben und ich sage bis zum nächsten mal